Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zu den K-Tagen. Heute K-Freitag, morgen K-Samstag, beide im Skorpionmond, Portaltag dazu. Was ist das für ein Portal? Was sind die K-Tage, die Möglichkeit der karmischen Reinigung und Säuberung? Ich darf da jemanden zitieren mit den Worten, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die eine Partei. Es gibt immer, ihr wisst, freier Wille. Es gibt jetzt mit dieser Karmkraft, mit dieser karmischen Kraft, mit diesem karmischen Portal die Möglichkeit, Karma zu säubern, zu klären, zu reinigen oder eben loszulassen. Erst durch Vergebung. Vergebung, ich mache meinen Frieden mit der Situation. Ich höre auf, das ist das, was wir jetzt im letzten Orakel hatten, im Vollmond-Orakel hatten. Ich höre auf hier an einer Stelle, um, keine Ahnung, um meinen Willen zu kämpfen, um Wiedergutmachung zu kämpfen. Also, was auch immer, das werdet ihr selber am besten wissen. Ja, und verlasse diese Situation. Oder eben auch, wie immer, jede Medaille hat zwei Münzen, das wisst ihr auch. Ja, oder eben die, die an dieser Situation festhalten, weil sie, ja, eben ihren Willen durchsetzen wollen, ja. Oder auch die Hoffnung darauf haben, dass jemand, der einen geschädigt hat, eine Wiedergutmachung betreibt, ja. Oder weil sie Angst vor entsprechenden Entscheidungen haben. Ja, der eine verlässt, lässt jetzt diese karmische Säuberung zu, die, ähm, das Geschenk der K-Tage ist. Und der andere ist da in der Aufregung, ja, und will da irgendwie zum 20.000. Mal drüber sprechen, ne, nimmt den rückläufigen Merkur, ja, um noch eine Runde da drin zu drehen, ne, und, ähm, macht daraus vielleicht einen Kaugummi-Prozess und stellt sich dann der, willst du es nun erlösen, auflösen, ablösen nächstes Jahr nochmal. Wobei, das glaube ich nicht, ja. Also, der Großteil wird schon 23, ne, wisst ihr ja, ich erzähle es ja immer wieder, das Jahr der Mäuse, ne, erlösen, ablösen, auflösen, nutzen. Ja. Jedenfalls hat jeder, und das habe ich euch ja auch schon im Vollmond-Orakel gesagt, ne, das war jetzt super, die, ähm, Schattenmeditation, ne, hat jetzt jeder die Möglichkeit, da. Eine Schattenthematik, die wird jetzt auch an die Oberfläche kommen, ne, damit man sie eben, ähm, säubern kann, damit sie eben heilen kann, ja, dass man sie abfließen kann. Und das kann auch, ähm, wenn ihr im Hier und Jetzt sehr geklärt, gereinigt und aufgeräumt seid, äh, können das auch ganz alte Sachen sein, ja. Von mir aus, was weiß ich, aus dem Kindergarten oder so, ne, die dann auf einmal nochmal nach oben drücken, ne. Äh, das ist immer so nach dem Motto, ja, wenn dem Hier und Jetzt nichts mehr hasst, dann, dann suchen wir was von ganz früher, das darfst du dann auch nochmal loslassen, den Frühjahrsputz machen. Ja, aber es entscheidet eben jeder selbst, ne. Der eine, ähm, ist einfach dankbar und froh darüber, wenn das, ähm, gesäubert ist, ne, wenn das von einem genommen wird, ne. Da haben wir wieder die Dankbarkeit, wo es auch im Vollmond-Orakel drum ging, ne. Bist du, fühlst du dich gesegnet und bist dankbar, ja, wenn hier so, äh, die, die Pfote der Kreatur endlich den Griff von deiner Schulter nimmt, ja, oder willst du das noch hundertmal durchkauen, ne. Free will. Aber das wisst ihr ja. Ja, passend dazu, hab ich ja auch schon gesagt, ne, dass ich, äh, glaube, dass da sehr, sehr viel Maß mit sich zu kämpfen hat, ne. Weil, ähm, morgen dann ja auch am Karsamstag, ähm, Merkur hier im Sextil zum Maß steht. Ja, aber hier schaut, ne. Die Bildsprache hier wieder. Der lässt hier auch bestimmte Aktivitäten hinter sich. Und das ist auch das, was wir im Mars-Orakel haben, ne, dass, äh, Marsi Mars sich auf, äh, seine Lichtfamilie konzentriert, ja. Und der steht ja eben auch im Krebs, ne. Also, sprich, stellt sich nicht der materiellen Welt, ne, sondern seinem Gefühlsleben und eben auch den Schatten, die sich da drin bewegen, ne, die immer kommen können, ne, weil man Maskeraden trägt, ne, weil man nicht echt ist. Ja. Also wissen wir schon mal Bescheid. Ein, äh, großes, großes Geschenk. Ich habe gestern schon, ähm, am Osterfeuer gestanden. Ja, das war wunder, 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 wunderschön. Mit dem riesengroßen Vollmond, ja, im, im Rücken und der Blick auf das, äh, Osterfeuer. Also, das kann ich auch nur empfehlen, ja. Ich, das ist, ich, finde ich auch sehr faszinierend, weil das sehr unüblich ist, dass auf dem grünen Donnerstag halt schon Osterfeuer ist, ne, aber bei uns hier, ich lebe in einem Salzort, ne, in einem sehr reinigenden Feld. Und da machen wir eben dann auch zum Vollmond, ja, pünktlich zum Vollmond, dann halt das Osterfeuer. Und das war bei uns dann halt gestern, das war total toll. Und dann kann man das so richtig spüren, ne, wie so, ne. Und wenn es halt dann eben dem Moment nur die Reinigung von der, von der Winterzeit ist, ne. Es ist sehr, sehr schön. Ja, das Geschenk kann man jetzt in Empfang nehmen, ne, indem man halt, wie gesagt, mit bestimmten Dingen seinen Frieden macht, ne, in Dankbarkeit und Vergebung geht, ne. Oder man kann Vollmond-Orakel, ne, das Kreischende, ich will aber leben, ne, das bleibt jedem selbst überlassen. Was auf Dauer eben sehr, sehr anstrengend wird und auch niemals gewinnbringend und zielführend ist, ne. Aber dafür habt ihr ja auch das Vollmond-Orakel und ansonsten habt ihr eben auch das Mars- und Venus-Orakel in der Infobox, ne. Und wenn da noch was Altes drückt, habt ihr ja auch die Schattenmeditation in der Infobox. So, und jetzt schauen wir aber mal, was wir hier noch an zu klärenden oder abzulösenden Schatten haben. Bei euch oder eben beim Marsch-i-Marsch. Was können wir da für die K-Tage noch bekommen? Ja, das Projizieren, ne, von sich auf andere. Ja, das ist auch das, wo wir drüber gesprochen haben. So, auch seinen, seinen Willen, ne, und seine Gefühle auf andere zu projizieren, ja. Da, das ist hier, ne, eine Wertung, wo man sich weigert, ne, den Tatsachen und Fakten, hier das offene Wurzelchakra, ne, sich die Tatsachen und Fakten anzugucken. Man selbst hat eine Meinung, ja, oder man selbst hat Gefühle, die man eben auf andere projiziert, ne. Und dann kommt halt aber, ich will aber oder ich weiß aber, gekreische, ne. Ja. Und eigentlich ist das ein Schatten, ne, den man ganz einfach reinigen kann. Ja, nämlich, durch die Banalität der Frage, ja, ne, der Frage, bevor man durch Projizieren, ne, des eigenen Denkens, ne, und der eigenen Gefühle, eine Wertung, die eben nichts, ne, mit den Tatsachen und Fakten zu tun hat, ja. Man könnte, ne, man kann das auch klären, bereinigen, indem man sich die tatsächlichen Gedanken und Gefühle des anderen abholt. Und da sage ich euch immer wieder, keine Antwort ist eine Antwort. Ja. Keine Antwort ist eine Antwort. Ich kann es nicht oft genug sagen. Keine Antwort ist eine Antwort. Ja. Ja. Und man fängt, ne, wenn man, das ist definitiv ein Schatten, ja, das ist auch etwas, was einen in einem, so einen Kaugummi-Prozess, in einer Zeitschleife hält, ne, wenn man dann anfängt, so, ähm, die eigenen Gedanken, Gefühle, etc., pp., auf wen anders zu projizieren, ja, und da anfängt, ne, aus dem Ich heraus, ähm, Situationen zu werten, ne, die mit den Tatsachen und Fakten dann herzlich wenig zu tun haben, ne, das ist echt ein Problem, ja. Ja. Wie kann das aber überhaupt entstehen? Und deswegen habe ich das jetzt so oft gesagt, ne, weil der andere eben das wahre Ich nicht zeigt, ne, eine Maskerade trägt. Ja. Dann gibt es dafür aber ein Medikament, ja, und wenn der andere sich hier, äh, keine Tatsachen und Fakten schaffen will, ja, und man das mit sich machen lässt, ne, dann, hallo Kaugummi-Prozess, ne, dann stagniert halt alles, 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 alles. Und da muss man kein Teil von sein, ne. Keine Antwort ist eine Antwort. Ja. Und, ne, statt den Tatsachen und Fakten auszuweichen, ne, da das eigene Ich auf den anderen zu projizieren, ja, warum macht man das überhaupt, ne, ja. Ja. Weil man eben auch zu feige, ne, für entsprechende, klärende Gespräche ist, ne. Ich projiziere lieber meine eigenen Gedanken da rein, als ein klärendes Gespräch zu führen, ja, weil ich vielleicht auch Angst vor den Antworten habe, oder wenn der andere hier, ne, geheimnisvoll ist, Maskeraden trägt, ne, kein tatsächliches Statement abgibt, dann wieder, keine Antwort ist eine Antwort. Was ist das, was ist denn keine Antwort für eine Antwort? Das ist die ganz klare Ansage, kein Interesse, ne. Kein Interesse. Wenn ich Interesse an dir hätte, ne, das ist das, wo man halt hingucken muss, ne. Wenn ich Interesse an dir hätte, dann, äh, würde ich antworten. Dann würde ich antworten, dann hätte ich Interesse an einem klärenden Gespräch, ja. Dann hätte ich, ähm, würde es mich interessieren, was du machst und wie es dir geht, ja. Das beinhaltet alles ein Interesse. Wenn ich dich ignoriere, dann, ähm, ist das eine Antwort, ja. Dann hab ich kein Interesse. Da kannst du jetzt sonst was rein projizieren, ja. Wenn du mal die Augenbinde abnimmst, weißt du dann, dass da eben kein Interesse ist. Punkt. Ja, das ist ganz, ganz, äh, banal. Ja, und der ein oder andere, lässt hier eben zu, ne, dass ich da, äh, sowas ausdehnen kann, ja, weil man da halt, ja, die Angst vor hat, klärende Gespräche über die Situation zu führen und die Situation damit halt zu reinigen. Ja. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, ne, dass man nicht das eigene Ich auf andere projiziert, ne. Oder das Verhalten anderer aufgrund der eigenen Gefühlswelt wertet. Kann man jetzt während der K-Tage, ne, ganz einfach säubern und klären und bereinigen? Was braucht man dafür? Das hier muss raus, ne. Das hier ab ins Osterfeuer schmeißen, ja. Das hier und die Augenbinde gehört ins Osterfeuer. Fupp. Ja. Und ansonsten wisst ihr ja auch, wo ihr mich findet, ne. Nehmt das Geschenk, was es zu den K-Tagen gibt, das Portal, ne, sich aus einer karmischen Situation zu befreien, ne, wisst ihr, diese Opfer, Retter, Täterrollen hinter sich zu lassen, ne, statt, äh, da auf Wiedergutmachung zu hoffen, in Vergebung zu gehen, in Ist-Zustand zu akzeptieren und anzunehmen. Nehmt es in Empfang. Und wenn es dafür noch ein Gespräch bedarf, dann führt es. Dann seid mutig genug, ja, um hinter die Kulissen zu gucken, ne, statt eigene Gedanken und Gefühle zu projizieren. Naja. Wisst ihr Bescheid, ihr Hübschen? Damit klärende und reinigende K-Tage. Und wir hören uns dann Ostern nochmal. Bis dann. So haben.